Es war ein bärenstarkes erstes Aktienquartal 2024 und viele stellen sich nun die Frage, kann es weiter nach oben gehen mit den Kursen? Gibt es eine Korrektur oder gar einen Crash? Und wie soll man sich jetzt als Anleger positionieren? Fragen dazu an Vermögensverwalter Thomas Freiberger. Er ist Geschäftsführer und geschäftsführender Gesellschafter der Thomas Freiberger Vermögensverwaltung. Schön, dass Sie da sind, Herr Freiberger. Gerne. Welche Erwartungen haben Sie denn nun an die Aktienmärkte in den kommenden Wochen und Monaten? Eher Rally oder eher Crash? Aktienkurse lassen sich nicht prognostizieren. Das bestätigen übrigens sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien. Ich kann Ihnen also nicht sagen, wohin die Aktienkurse gehen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Aktien als Anlageklasse eine höhere erwartete Entite besitzen als alle anderen Anlageklassen. Ein Grund, ein wesentlicher Grund des Aufschwungs in den vergangenen Monaten war die Fantasie um künstliche Intelligenz, um die Tech-Werte. Da ging es richtig kräftig aufwärts, Herr Freiberger. Lohnt sich denn jetzt der Einstieg hier überhaupt noch? Technologieaktien erzielten in den letzten Jahren im Durchschnitt sehr, sehr gute Renditen. Wenn man sich aber längere Zeiträume betrachtet, war das durchaus nicht der Fall, sodass die Renditen des Sektors eigentlich im allgemeinen Markt lachen. Auch wenn Anleger meinen, dass Technologieaktien sehr, sehr hohe Wachstumsaussichten haben, ist dies bereits in den Kursen berücksichtigt. Als Indikator kann man das Preisverhältnis, die Bepreisung des Marktes anschauen. Und dort einfach das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das für Technologieaktien bei ungefähr 40 liegt. Für den allgemeinen Markt nehmen wir den MSI World bei 20. Und für Aktien, die besonders im Fokus der Anleger stehen, wie zum Beispiel NVIDIA, liegen diese Bewertungszahlen des KGVs durchaus besonders. Das heißt, der Markt preist diese Werte mit den zwei- bis fünffachen des durchschnittlichen Marktes. Bei NVIDIA muss also das Unternehmen fünffach so gute Zahlen erwirtschaften in der Zukunft als der breite Markt. Und das gilt allgemein für den Technologiesektor, dass diese hohen Bewertungen dann auch erreicht werden müssen. Wir empfehlen, machen Sie es schlauer. Investieren Sie in den breiten Markt, kaufen Sie alle Aktien und bauen Sie kein Konzentrationsrisiko in den Technologietitel auf. Also nicht alle Eier in einen Korb, wie es immer so schön heißt. Und da fragt sich doch der eine oder andere, lohnt sich da nicht der Einstieg in den sogenannten Weltindex, den MSCI World? Da gibt es auch zahlreiche ETFs drauf, mit denen man kostengünstig agieren kann, Herr Freiberger. Was halten Sie von dieser Idee? Viele Anleger meinen, mit dem Kauf eines Exchange Traded Funds, ETF, auf den MSCI World, hätte man ein Rundum-Sorglos-Paket im Portfolio. Und die Finanzpresse suggeriert es durchaus, dass es so sei. Der MSCI World beinhaltet ungefähr 1.500 Aktien der entwickelten Welt. Schwellenländer sind nicht enthalten. Aber was viele Anleger nicht beachten, ist, dass die zehn größten Titel des Index bereits über 21 Prozent der Marktgewichtung ausmachen. Und insbesondere die großen, teuren Titel sind in diesem Index groß und breit gewichtet. Auch wird nicht beachtet, hätte es im Jahr 2000 bereits ein ETF auf den MSCI World gegeben, hätte man bis das Jahr 2013 warten müssen, um seine Einstiegskurse wiederzusehen. Wir investieren die Gelder unserer Mandanten auch weltweit im Aktienbereich. Wir beginnen im ersten Schritt auch mit der Marktkapitalisierung. Allerdings beachten wir im zweiten Schritt die Forschungsergebnisse der empirischen Kapitalmarktforschung. Das heißt, wir gewichten die kleinen Unternehmen und die Unternehmen mit relativ niedrigen Preisen und höherer Profitabilität über. Und so strukturieren wir die Portfolios unserer Mandanten. Und natürlich gehört zum breiten Streuen auch nicht nur der Blick auf Aktienmärkte. Auch Anleihen sollten nicht vergessen werden. Allerdings gab es da in den vergangenen Jahren nicht viel in Zeiten von Null- und Negativzinsen. Jetzt aber sind die Zinsen wieder da. Lohnt sich also dadurch auch wieder der konkrete Blick auf Anleihen fürs eigene Portfolio? Anleihen übernehmen eine sehr, sehr wichtige Funktion im Portfolio. Und das nicht erst, seitdem die Zinsen wieder gestiegen sind. Man sollte Anlagen nicht in der Isolation betrachten, sondern immer in der Kombination mit den anderen Portfoliobestandteilen. Und da übernehmen Anleihen kurzer bis mittelfristiger Laufzeit eine sehr, sehr wichtige Position im Portfolio. Und, das ist uns immer sehr wichtig als Finanzplaner auch, Anleihen senken das Portfoliorisiko auf das in der Finanzplanung festgestellte Chance-Risiko-Verhältnis, das der Mandant wünscht, das er tragen kann und tragen möchte. Und deshalb empfehlen wir wirklich Anleihen und Aktien gehören in jedes gute Portfolio. Also breit streuen zahlt sich aus und am besten mit Tipps und Ratschlägen eines Finanzprofis wie Vermögensverwalter Thomas Freiberger hier im Interview. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne.